Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist auf mindestens 31 gestiegen. Allein in der Region um die Kleinstadt Paradise starben mindestens 29 Menschen. Damit sind bei diesem Feuer mindestens so viele Menschen ums Leben gekommen, wie beim bislang tödlichsten Waldbrand in Kalifornien im Jahr 1933. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, denn zahlreiche Menschen gelten noch als vermisst. Zehntausende Hektar Land sind verbrannt, mehrere tausend Häuser wurden zerstört. Unter ihnen ist die Villa von Showmaster Thomas Gottschalk. Seine Frau konnte noch die Katzen retten, bevor sie mit 100 weiteren Nachbarn flüchtete. Thomas Gottschalk war zur Zeit des Brandes in Deutschland.